Die Hühner im Traubenhof, das ist aber schon nicht. Das gibt es ja gar nicht, gar nicht. Aber ich freu mich, ob die auch so auf dem Wasser gehen. Ich denke nicht, wenn ja manche so freit, wenn die schon auf dem Wasser stehen. Vielleicht würden die schon auf dem Wasser stehen. Das ist aber auch so. Hier ist es Kampfl 유�leis Altas und liegt. Aber wir schauen, dass sich die Flügel abbeizt. Was hat ein Festival? Ich denke, es ist schon mal so. Ich bin der Flügel. Ein weiß ich bin der Flügel. Wann der Flügel? Lecker ist das Gäste hin. Tschüss.